ja was gab jetzt gleich am start mein kanal übernehmen ja leute hallo herzlich willkommen zu der fünften folge von skywars eine jubiläumsfolge alter und was macht sandra marco wird schon mal einen kanal hier übernehmen aber das geht ja mal so gar nicht ja also das ist aber ein skandal absoluter skandal das geht mal so gar nicht was soll denn das soll das ja ja wir gehen heute jubiläumsfolge machen du hast ja wieder sandra marco wird ich dabei und ein starten machen heute zehn runden weil heute ist eine jubiläumsfolge und zwar die fünfte ja ich habe schon alles vorbereitet du bist heute sehr konzentriert sache letztes mal war auch sehr konzentriert ich war auch sehr konzentrierter ich bin runtergefallen stark wo waren unsere insel du hast keine blöcke ne da kommt jemand da kommt jemand schießt die runter oder hast du die pfeile scheiße das ist kein appen täte die kommen die kommen knapp los kämpf kämpf einfach kämpf du kriegst ein martell du kriegst sein komm schon schade nächste runde dieser jubiläumsfolge ich habe mich so gefreut freund so gefreut so gefreut mensch mensch was das ist meine fruhe meine fruhe das war ein bisschen laut denke ich mal glaube ich auch du glaubst du gar nichts um meine hose und meine axte das blöcke und ich dann mal in die mitte ich hole mal die kiste hier oben sag mal und ein gold apfel geappentatet ich habe leider keinen bogen hast du einen bogen nein ich baue mich schon mal in die mitte warum nicht wenn man die ranke springen da kann man sich nicht mehr für einen fall schaden ua ich habe so viele dinge ich habe so viel stuff ne ja aber ich also komm mal hier hier bitteschön bitte drei gold apfel jetzt kann du mal die kisten weil du hast keinen guten stuff ich gehe dann schon mal hier in die mitte du hier die kisten ich bin full iron da kommen welche da kommen welche komm mal zurück die wollen mich was für eine scheiße junge das war einfach ein hund der hat wuff wuff gemacht hast du gesehen ja der ist ein hundeskin der hat wuff wuff gemacht aber was gibt der denn für eine kombo alter und ich habe einfach mal teil gemacht hat die kiste gelootet dings diamantelm alter was für goldhelm ich bin ich bin dumm hilf mir ich brauche eine therapie ato darauf an als ich ein kuchen hat sich weggebackt und hier ist er zwei kuchen hier ich habe eine hose schon aufgefressen nein vielleicht nicht so am rand stehen da ist schon wieder einer mit einer diabolusplatte oh gott da kommt ihr mal ich bin tot gaben tag ihn gaben tag ihn mir deine eisenbrustplatte deine lecker schmecker alter ich habe ich habe ich habe ein flambo alter ich habe flambo ich habe einen ich habe beide oh mein gott ich habe ich habe drei oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich habe alle ich habe vier keks oh mein gott was holy shit holy moly alter oh mein gott ich kann nicht mehr ich habe ich habe vier kids gemacht ich habe alle alle vier gekillt ich habe alle ich habe alle vier gekillt alle die mit der dia rustung alle oh gott ich habe mit dem kompress zu geschlagen oh gott muss ich nur noch den sieg holen ich muss hier in die mitte rennen habe ich mehr links scheiße habe ich nicht getroffen die gibt mir eine kombo und ich fall gleich runter oh gott nein ey das ist so unverdient wirklich oh mein gott wie unverdient war das bitte wie unverdient die vierte runde ja alter wie unverdient ich mache vier kids und die schillen da einfach nur und campen und dann kommen die halt oh mein gott hier nur eine spitzlager drin ey das ist doch so unverdient man die kiste ich habe schon eine hose man welche hose ne kettenhose enchanted ja hier sind überall dia ist das ne ich weiß ich hab wir haben voll dia wir haben voll dia ich hab hier war ne pickpicks drin wir können uns komm herunter wir können uns dia equip machen ja das funktioniert komm her komm runter komm runter wir machen uns dia equip warte hier ist ein crafting table ich hab auch Dings wir können uns ich mach mir zwei dia schwerter also uns hier bitte hier bitte dia schwert hm hast du irgendwo wo noch dias gesehen schade ich hab noch drei ne leider nicht ich dachte es wäre mehr dias aber zwei dia schwerter ist auch gut ja wir können uns auch andere basis machen warum ja vielleicht ja stimmt warte können wir warte ich geh kurz hier rüber pass mal auf dass mich keiner runter boxt hast du blöcke bau dich mal zu der kiste wenn du kannst ja dann geht's mal von wo von in der Mitte ok ok ich bin hier unten ich bau dias ab so ähm lauf dann einfach zu der anderen barsitz so ich hab ja ja was mach ich mir ich werde mir hier ja ja so machen wir so machen wir ähm ich brauch Mut du kriegst den helm einfach ja ich hab feuerschutz das ist besser doch hier gibt's äh es gibt feuer schweizer aber die sind in der Mitte die sind hier rüber gedauern auch dias ich weiß nicht du brauchst du einen goldafel hier schlägt die ja ok äh dahinter dir ist noch ein goldafel gib den mir mal Junge man ja wollte ich ja da kommen welche essen wir mal einen Apfel ich hab einen Apfel gebaut komm her ich bau weiter die dias nice loot drei dias drei dias ok die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen der ist für den golden Apfel die geht rum die geht rum die geht rum die sind runter gefallen nein scheiße rennen rennen hinterher kill ihn einer ist leck tot da ist doch so hä ich hab einen gekillt rufen Ich kann ihn leider, ich kann den anderen leider nicht holen. Das ist normal. Teleporter. 1.000, bitte. Ich wollte ihn einfach nur weghalten. Ich hab ihn gleich. Er ist tot. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Okay, sechste Runde, ne? Ich glaub, ich hab mich verzählt, aber egal. Sechste Runde. Ja. Lena, hast du meine Folge gesehen? Ja. Ich dachte schon, du hast wieder den Back. Das ist so schön. Verzört ist das irgendwie so ein bisschen verpackt mit den Truhen und so. Hast du, hast du Blöcke? Warum hast du immer keine Blöcke? Hier unten hast du das schon gelootet? Ja. Gib dem ein paar Blöcke. Du lootst es natürlich wieder. Ich brauch auch Stuff ein bisschen. Ich hab kein, ich hab kein Schwert hier. Nimm mich das. Okay. Hier ist auch was drin. Nein. Nee. Nee. Scheiß drauf, scheiß drauf. Aber hier ist eine Pick. Ja, scheiß drauf. Nein. Du machst das nicht. Komm jetzt in die Mitte. brauchst du gold dafür viele ich habe auch full iron jetzt kommt lass die mitte ich habe hier drin und ich habe elitra flügel einfach daumen sind welche ich habe einen runter geschossen ich habe ein ich habe ein er brennt noch auf den auf den 1 mit der diabos kommt der slow der slow ich weiß gerade du du bist die kisten da kommt wieder einer haben zwar mit dem verbrennungsbau getroffen der soto der soto geht mit dem drauf ja jetzt haben wir jetzt selber eigentlich findet ok siebte runde siebte runde nein schon wieder breakfast das heißt übrigens frühstück weil das so ist ja weil das so ist ich habe hier eisenstar für dich in der küste ja dann nimm mal hier ein ist da drin wie ja aber oh mein gott hat das wieder mit gemacht also ich habe schutz 1 besser junge als ob ich als ob ich ein besseres schwert habe habe ich auch nicht ein stein schwer mit zwei schärfe 2 ist so gut wie ein diashwert aber ich habe keine andere schwerte ja ich kann ja auch nicht helfen weiter denkst du immer kannst du mir das war ich habe ein bisschen runtergebaut wie scheiße der hatte ich mit ein ei runter gehauen was nein die war das bestimmt nicht der hat dich mit einem ei abgeworfen ja was ist da der snow digga der eine legt der eine legt so heftig nein habe ich schon reingeguckt dort war das beide goldäpfel ja schön ich weiß und der nächste der nächste soll geht schlafen ja klar was immer noch hat ja einer tot kommt schon die seit luschen ich bin gleich tot ich bin ein scheiße achte runde let's go ja junge jubilierungsfolge alter du guckst doch gar nicht meine folgen ja sonst weißt du es auch guck mich bei mir vorbei doch halt stopp nein du wolltest du wolltest mein kanal übernehmen du war da liegt die ganze kacke hier da in der ecke liegt es da kommen leute rüber ja ich gehe ich gehe zum schiff ich habe ich habe ich habe schärfe ein schwert ich habe schärfe eins was tut der typ da was tust du hier kommt einer hier kommt einer ich habe die kiste gelootet hier kommt einer im haus im haus dass die momen der andere kommt ja egal lass den ein killen ja der rennt weg ich habe einen ich helfe dir ich helfe dir nein oh mein gott ich bin runter fuck oh mein gott ich bin runter gefallen ich bin runter gefallen ich bin einfach so scheiße bin fuck fuck bitte nicht bitte nicht was tust du da bau dich nach hinten raus bau zu bau zu bau zu bau zu bau dich nach hinten raus hinter dir bau dich raus schnell bau dich raus bau dich hinter dir hinter dir bau dich raus schade neunte runde ich wollte gerade weg oh letzte runde jetzt leute 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 er ist übrigens ein fan ne er ist übrigens ein fan leute deswegen will er richtig viele richtig viele warum wolltest du dann meinen Kanal stehlen hä ah was du mir gesagt hast hä ja ist klar was wurde gesagt hä du wolltest meinen Kanal stehlen alle haben es gesehen immer halt das maul nein immer halt doch dein maul ja man 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 jetzt wissen die leute dass ich dass du mein kanal stehen wolltest was für faken hä was für faken digger er will mein kanal stehen ich war grad auf auf klo auf klo was digger er lügt so heftig wirklich ich bin tot ich bin bei dir denn du bist so schlimm ich auch ich hab dich ich werf dir mit eiern runter schade hinter dir huuuu der ist nackt der ist tot der ist tot die sind beide so tot nein bau den okay nein doch ich bin tot sieht man einer tot mit eiern mit eiern sind beide tot? ne hab ihn hab ihn ein dicker also ich lute ganz schön muss das sein jetzt mit luten Landschaft ja marika ja baby oh en branche morante gelya ja sonnenbrille sonnenbrille zwei kills double kill double kill Hallo, ich hab den geoffen Karte. Was für du? Ja. Ich? Hä? Der wollte mal in den Kanal stehen. Hast du schon, äh, hast du schon, äh, sieben Attacker mit Schwert? Hast du schon sieben Attacker mit Schwert? Ja, dann nimm ihr! Zwei Goldöffel. Ihr. Ich hab ihn fast. Soll ich mir ein Goldappel nehmen? Ja. Oh Gott, von hinten, oben. Was, hier? Los, boah, spamm ihn. Jawohl. Hinter dir, hinter dir. Oh Gott. Kill ihn, kill ihn. Schießen mit dem Bogen ab. Ich hab sie. Wow, sie hatte übelst geilen Stuff. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Ja, komm her. Hier, bitteschön. Brauchst du noch, wie viel Goldöffel hast du? Sechs. Sechs. Eins, zwei. Hier, bitteschön. Danke. Wo ist der letzte Kompass? Da, vor uns, hier. Er ist hier. Da unten ist er. Oh, what are you doing? Ja, was tut der Typ? Ich treff nicht. Ich bin low. Hier, ich geb dir den Pfeiler. Kommt der Typ? Nee. Mal getroffen. Ich mach Wasser. Soll ich Wasser machen? Ja. Wo? Warte. Platz hier an die Seite hier. Gott. Platz hier an die Seite. Da, da, da. Doch jetzt. War zu. Er ist auch Fan, oder? Hat er einen Fan im Namen? Okay. Er will uns runterschießen. Vorsicht. Ja, wie wir die ganze Zeit daneben, ey. Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, ist klar. Oh Gott, ich bin im Wasser gelandet. Geh da nicht auf die Mauer. Bist du bekloppt? Digga, wohin gehst du? Hinterher aus war die Kiste. Digga, warum? Hier, wir haben... Im richtigen Moment, weil... Wenn er nicht zieht... Sprich rüber! Ja, schafft man. Wenn ich's geschafft hab, schaffst du's auch. Digga, das war jetzt der letzte. Ernsthaft, ich geb dir die Rüchte. Kommo, okay. Letzte Runde, Leute. Letzte, alles entscheidende Runde. Ja. Was? Ja, perfekt. Perfekt, mein Junge. Junge, die Jubiläumsfolge wird hier lang, Alter. Halt immer die Special-Folge, Alter. Fünf. Danach zehn ist die Special-Folge. Dann die fünfzehn. Halt immer in Fünferstritten kommen die Special-Folgen, Leute. Und dann kommt, was ist die nächste Folge, Alter? Äh, die zehnte. Oh, ich hab direkt ne volle Kettenrüstung. Okay. Schön. Das freut mich. Nicht? Was? Hier kannst du direkt in die Mitte springen, ne? Wenn du's nicht verkackst. Ja, ich bin schon in der Mitte. Aua. Nein, 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 nein. Ich warte nicht. Hm? Du hast mich nur mit deiner Spritzer geknüpft. Ich hab ne Eisenhose, die ich nicht brauch. Du bist nur. In der Mitte. Ich seh da schon Leute. Ja, ich bin tot. Warum? Bist du tot? Wo bist du? Ich bin in der Mitte. Ich bin ein grüner Name. Ja, warum ist das so grün? Hier ist wieder ne Dierhose drin. Nein, ich kann nix machen. Ich hab nicht mein Ding. Bist du tot? Nein, ich hab nicht mein Schwer. Wie, du's? Ich hab nur ne Axt. Nein, der ist bald tot. Ich bin tot. Der ist bald tot. Junge, ich verfolge einen. Der hat ein Herz gehabt. Ich bin nicht nirgendwo. Uge Boss heißt der. Nein, oh Gott. Jetzt bist du wirklich... Hä, ich dachte, du wärst schon vorher tot. Warst du noch nicht? Oh Gott. Ich bin tot. Jetzt bist du... Hab einen. Hä? Ich dachte, du bist schon lange tot. Tschüss, was geht? Oh Gott. Ich hab deine Unterstützung. Ich hab was für dich, ich hab was für dich. Komm her. Hier. Dierhose. Dierhose hab ich dir gegeben. Hast du nicht. Sind das die letzte schon? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil wir einen Kompass gekriegen. Ja doch, anscheinend ja. Die sind vor uns. Sagt der Kompass. Da ist er. Da sind die beiden. Ich dachte, du wärst schon lange tot. Da, die kommen. Ich hab den blockiert. Komm schon. Oh Gott. Die eine hat nix. Die eine hat nix fast. Der hat keinen Helm. Ich bin low. Ich bin low. Ich bin low. Ich bin low, Matei. Ich bin low. Geh weiter. Ich komme. Ich komme. Schön, schön, schön. Komm rüber. Rüber, rüber. Geh rüber. Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Digga, ist nicht dein Scheißer. Ich bin unten. Ist doch scheißegal, was hast du für einen Scheißer gehabt. Ein Steinschwert. Mit Schärfe? Ich hab einen gekillt. Schön. Ja. Wo bist du, Matei? Hier. Leute, das war's mit der Folge Skywars. Mit dieser Special-Folge. Mit Matei. Das war's leider jetzt. Sorry, sorry, Leute. Aber morgen kommt das nächste Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Nicht dein Kanal. Ihr könnt auch Markowitz-Kanal abonnieren. Aktivieren. Ist klar, ne? Abonnieren. Ihr könnt Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, haut rein. Und? Okay. Ah, und tschüss. Tschüss.